Nein. Da komme ich mit Sicherheit nicht mehr vorbei. Komm schon. Jetzt muss ich wieder da runter. Ich fasse es nicht. Den habe ich zwar gut besorgt, aber nicht gut genug. Eine falsche Bewegung und ich bin tot. Heilung! Komm schon, irgendwas. Irgendwas. Fuck. Heilung. Okay, cool. Down. Das war wenigstens ein bisschen was. Aber natürlich, wie man sieht, nicht genug. Da gucken wir uns hier nochmal um. Will ja nichts übersehen haben. Wo zum Arsch kam das her? Wahrscheinlich da oben. Ja. Gut, wegen mir sollen sie da oben rum schniegen. Ist mir egal. Ich brauche erstmal hier Heilung oder irgendwas. Ab nochmal. Immer noch nicht genug Stuff. Holy Ass. Okay. Okay. Das war ja klar, dass es hier nochmal abgeht. Aber dass es so abgeht, finde ich jetzt gerade mal ein bisschen sehr krass. Ja, ja. Bleib ruhig. Stück. Okay, da ist noch Alkohol oder so. Vielleicht kann ich mir jetzt das bauen. Ja, ja, ja. Heilung. Okay, cool. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. Ehrlich. Keiner wahrscheinlich. Oh, Explosiv. Shit. Und jetzt können wir nämlich uns ein Math-Kit bauen. Jawohl. Wir brauchen noch mehr Lumpen. Aber zuallererst heilen wir uns erstmal hoch. Und für die nächste Angriffswelle brauchen wir definitiv noch ein wenig davon. Oh, das sind zwei. Klicker sogar. Oh, hier geht's auch rein. Okay, cool. Was gibt's hier? Nichts. Boah, ist das anstrengend. Okay, aber ich denke, wir kommen hier ganz gut durch. Ah, da oben, guck mal, da oben. Fuck, jetzt habe ich ihn auf mich aufmerksam gemacht. Ja, geh mal gucken. Weg, 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 weg. Oh, Gott. Oh, shit. Ist mal eine ganze Heilung wieder im Arsch, ne? Wann hat er das denn bitte auf mich geworfen? Guck mal da. Ich muss den freilassen. Obwohl, dann würde er erstmal auf mich losgehen, gefühlt. Ist auch nicht das, was wir wollen gerade. Auf Distanz kann ich jetzt schon mal nicht mehr gehen. Die sind auf dem Weg zu mir. Ja, die sind auf dem Weg zu mir. Okay. Sollen herkommen. Da sind sie. Was? Du hast was? Aufs Maul gekriegt von mir, ja. Cool. War's das? Nee, gefühlt müsste irgendwo noch einer sein. Naja, gut. Schauen wir mal. Go, go. Jetzt halt die Brandmunition von Abby. Wie cool wäre das, ne? Ah, voll. Na gut. Kommen wir wieder Energie. Und ich wette, oben ist noch einer. Klar. Oh, zwei sogar. Ja, das trifft sich natürlich schlecht. Nee, hiermit. Zack, zack, bäh. Drei. Okay. Das ist irgendwie total für den Arsch. Echt jetzt. Fuck. Wie soll ich dem den Heddy gebe, wenn er die ganze Zeit hinten dran tingelt? Stimmt der mit dem nicht? Ah, jetzt. Was ist der Kerl? Oh, Mann. Headshot. Doch, doch. Da kommt jemand von der Seite. Uncool. Sie rennt. Komm her. Zeige ich dir, wer hier rennt. Naja, kommt ihr nur. In diese Richtung. Oh, scheiße. Was ist der denn jetzt lang? Ist der reingerannt? Gut. Ich. Oh, da. Aimt der da immer noch auf mich? Ja, nimm mal lang, wenn ich so weitermache. Okay. Er hat's den voll da reingesprengt. Cool. 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 Oh, nein. Oh, nein. Alter. Das müsste es gewesen sein, oder? Immer noch nicht. Scheiße. Steh auf. Steh auf. Wie viele denn noch? Jetzt geht das wieder los mit der Energie hier. Holy Ass. Ich muss nur sehen, wo er ist. Ah. Oh, fuck. Ich brauche Heilung. Das ist ein schwerer, schwerer Kampf hier. Echt. Das scheint ruhig zu sein jetzt. Wir brauchen nur noch mal Zeug. Heilung. Ah, da ist ein Müsli-Riegel. Okay, mehr davon, bitte. Thema. Poker gespielt. Bestimmt Strip-Poker. Uff. Ja, ich versuche es zumindest, Rolling. Das ist echt die Intention dahinter. Ich hoffe es. Ah, Health. Yes. Oh, Mann. Der Stoff lässt echt zu wünschen übrig hier gerade. Aber hart. Okay. Jetzt kann ich nicht mehr bauen. Super. Oh, Mann. Egal. Wir gucken jetzt erst mal, was hier noch alles so rumfliegt. Aha. Hello, Wilhelm. Komm. Hier muss noch mehr Stoff sein. Ich kriege das hier sonst nicht rum. Da reinzukommen ist mega schwer, ne? Ähm. Ja, okay. Aber war ja auch eigentlich zu erwarten, bei der Anzahl an Leuten, die hier rumseucht und fleucht. Okay, die Schrotze ist leer. Dann nehmen wir die nämlich mal. Und reloaden die auch erst mal. Was brauchen wir denn für den? Kanister und Sprengsäufe. Okay, cool. Weil davon haben wir echt genug. Können wir nicht alles andere auch mitnehmen. Hoffentlich. Moment, wo sind wir denn hier? Blackjack? Nein. Tischtennis. Ja, da geht's weiter. Sind wir bald da? Papa Schlumpf. Das freut mich. Hehehe. Okay, da oder da? Ne, das ist keine Tür. Alles klar. Dann da. Offensichtlich. Smokes. Der hätte sich doch im Leben nicht umgehen können, ne? Brauchst gar nichts zuzumachen, aber... Äh... Obwohl, ja gut. Wer weiß, ob da nicht doch noch jemand rumkommt. Hm. Oh, hier sind die Zellen schon. Hä? Ja. Alles klar. Ne, doch nicht. Äh, nix ist klar. Uff. Okay. Hier geht's auch nicht. Doch, hier geht's weiter. Aber mal was anderes. Können wir in die Zellen? Guck mal, wie Blutverschmiet die ist. Ne, wir können nicht in die Zellen. Gut. Ah, die sind richtig. Ey. Komm, Masseblatt. Ja? Ja. Knack. Das ist gut. Okay, los. Auf geht's. Hey, wow. Wo ist Abby? Sie hat einen Biss. Zurück. Hey, richtet das verdammte Ding nicht auf mich. Hey, 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 hey. Abby wollte abhauen. Sie ist bei den Säulen. Den Säulen? Geh runter zum Strand. Nicht zu übersehen. Sie ist bestimmt schon tot. Gut. Na los. Oh, zum Schiss in die Säulen, Mann. Oh, wow. Der geht's gar nicht gut. Gar nicht gut. Also, so wie ich das sehe. Hat Ellie ein verdammtes Problem. Wenn die nicht bald irgendwie das Ding da richtig behandelt, stirbt sie definitiv, oder? Komm, go. Puh, der geht's echt beschissen. Ja, es wird nicht besser. Okay. Okay. Na gut, das wird jetzt bei mir wohl. Ich hau einfach ab. Smäge die nie. Au. Bin auf dem Weg. Jawohl. Jetzt fackelt das hier auch noch ab. Boom. Okay. Okay. Gerobe.